Aufhören, habt ihr gedacht! Siddharth? Schluss mit der Musik und dem Getanze! Hören Sie auf! Und sagen Sie mir, wer von Ihnen Shabnam ist! Sie ist es. Das ist Shabnam. Verstehe! Sie sind also Shabnam! Hören Sie auf mit dieser gespielten Unschuldsmine! Gestehen Sie einfach Ihr Verbrechen! Das Spiel ist jetzt aus! Will ich jetzt verbrechen? Das werden Sie schon herausfinden nach Ihrer Verhaftung. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!